das kennt ihr doch sicherlich auch wenn ihr kartoffeln kocht und der topf ist noch maler ein bisschen voller den deckel drauf macht dann schäumt das nachher über und der ganze herd ist nachher verkrustet von dem kartoffelwasser dem vorzubeugen gibt es einen ganz einfachen trick man macht in das kochwasser einfach ein bisschen butter oder margarine oder auch nur zwei drei tropfen öl hinein dann bindet sich die stärke nicht mehr im wasser es schäumt nicht mehr heraus und ihr könnt die kartoffeln kochen ohne dass es überschäumt ohne ohne dass ihr nachher den herz sauber machen müsst und ihr braucht gar keine angst zu haben dass die kartoffeln irgendwie nach öl schmecken das öl schwimmt ja oben auf es kommt gar nicht mit den kartoffeln in berührung und beim ausgießen wird es einfach weggekippt